Musik Sie kennen das sicher, das Loch ist gebohrt, denn meine Arbeit hier ist noch lange nicht getan. Jetzt muss ich erstmal das ganze Chaos hier beseitigen. Ich helfe Ihnen dabei, das zu ändern und Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Das hier ist das WMS100 und dieses kompakte Gerät hilft Ihnen dabei, effizienter zu sein. Sie haben von Anfang bis Ende der Bohrung eine saubere Baustelle, sind unabhängig von einem Wasseranschluss, transportieren Werkzeuge einfach und bequem und können Wasser und Bohrschlamm nach getaner Arbeit ganz leicht entsorgen. Das spart Ihnen vor und nach der Bohrung bis zu 45 Minuten. Was ist Ihnen besonders wichtig bei der Durchführung einer Kernbohrung? Ist das die Wasserverfügbarkeit, eine saubere Baustelle, die einfache Handhabung oder die Zeit und Kostenersparnis? Das ist die Wasserverfügbarkeit, eine saubere Baustelle, die Zeit und Kostenersparnis?